Überall dran vorbei, damit er auch überall dran vorbeifährt, was ich hier gebaut habe und so'n Kram. Man muss ja... Ne? Man möchte es ja auch sein Touris hier. Die man dann an Bord lässt, den muss man es ja auch... Oh. Ich kann jetzt den Weg runter. Dann warte mal. Kann ich die ja wahrscheinlich auch viel kleinschrittiger setzen, ne? Ja, wahrscheinlich schon. Aber nur noch einen Safari. Den kann ich löschen. Fährst... Kann ich die ja eigentlich... Hm... Ich bin verwirrt... Fährst von da... nach da... nach da... nach da... Nach da, nach da, und dann nach da. Mist, ich muss ja die Route speichern. Habe ich nicht gemacht. So, perfekt, jetzt fällt da ja auch mal eine Route, damit die Turis da auch was zu gucken haben, damit die auch zufrieden sind, weil das müssen wir sein, und wer sonst eigentlich ein bisschen blüht, ne, das ist mal komischer. Äh, nee, 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 wo ist das? Fahr mal bitte mal da zu. Ey! So, da ich gerade gesehen habe, dass mir die Uhr eingeschlagen hat. Würde ich sagen, bin ich ein bisschen, finde ich nicht gut. Äh... Sieht gut hier vorne sein, oder? Essen. Hier? Ja, genau, die Elektronikfabrik, und die Maschinenfabrik kommt in das Haus, und die Purniermehrfabrik muss ich irgendwie... Ja, ich weiß doch nicht, wie ich das mache. Aber warte mal, wie kann ich denn Verteidigung bauen, damit kann ich mich nicht nur vorne Erde schicken lassen? Okay, gut, dann... Rakete... Ich brauche doch eine Frachtrakete... Äh... Fertigbauten... Wo suchen die Dinger? Hä? Nee, fertigbauten sie das nicht. Eigentlich werde ich da schon finden, wie man die Dinger baut. Wie hier. Ach, die habe ich mal bekommen, das stimmt, die habe ich... Die habe ich gar nicht gebaut, sondern die habe ich mal bekommen, weil ich die draußen irgendwo gefunden habe. Der deckt den Bereich ab, und... Das ist der andere, der... Okay, gut, das ist dann... Sind die zwar nicht klug platziert, aber für das, was ich gebaut habe, ziemlich optimal. So, was mache ich jetzt hier? Ja, ich weiß, die kommen ja noch an. Dass die angekommen sind. Wie akriere ich das mal? So, weil jetzt baue ich nämlich... Nein, eben... ...oder... ...djiebauten... ...djiebauten... Was wollte ich denn jetzt überhaupt noch bauen? Denkronikfabrik oder eine Maschinenteilefabrik. Ich weiß nicht, was denn toller ist. Beides wär gut. Wo war die da hin? Und die da hin, jetzt muss ich natürlich... Ups, dieser Kuppel ist natürlich jetzt sehr wenig Luft. Ja, okay, gut, da ist natürlich auch der fette Sportplatz drin, ne? Aber hier ist kein Park drin. Der andere hat einen Teich, dann bekommst du ein... Du bekommst einen Steingarten. Einen kleinen, aber feinen Steingarten. Hier hin. Weil ich meine, die kann ich ja sowieso nicht ganz nutzen, die Dinger. So. Die Arbeiter kommen ja alle noch, alles gut. So, und jetzt habe ich... Jetzt habe ich hier... Also das, den letzten Platz, den ich habe, den nutze ich individuell für die Bedürfnisse, die meine Leute hier entwickeln. Ich habe hier auch zur Not noch Platz. Was ist das hier? Sozial und Luxus fehlt. Ja, das kommt... Luxus und Sozial kommt später noch nach. Aber das sicherlich nicht jetzt. Willkommen im Stream, Matrixprime 1337 oder... Alles gut bei dir. Ja. Wollen wir mal gucken. Das passt schon, das wird schon. Es muss ja irgendwie werden, ne. Also es hat ja keine andere Frage. Was? Was? Ist doch der jetzt hier. Da arbeitet schon jemand. Gut. Viel Spaß von der Arbeit. Guck mal ganz in Ruhe. Ich hab noch gar keine Materialien dafür. Geschweige denn, dass ich... Na, egal. Wie kommt man in das Gebäude rein? Ist ja gar keine Tür. Ach, da ist die Tür. Wie kommt man denn da hin? Wenn man... Wahrscheinlich im Raum ein Zug hebt. Ich frag, du will fragen. Hey, hey. Ach, den zu vergessen. Hey, Pingu! Ja, meine Rakete ist da. Perfekt, dann landest du bitte. Einmal... Kann ich da oder landest du da hinten? Dann land ich hier. Sollen ja Leute aussteigen. Direkt sind ja Leute drin. Zwölf Auserwählte. So. Ab der nächsten Rakete kann ich auch Fliegel zieht. Dann gucken, wen ich da reinhole. Ja, kann nicht. Danke, dass ihr Bescheid sagt. Optionen. Audio. Anwenden. Jetzt müsste es rein theoretisch direkt besser sein. Apropos anwenden. Ich könnte eigentlich mal speichern wieder. Oder das so. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Wo warte mal. Ah, abbrechen. Ich speichern mal. Da. Schokoriegel. Alpha. Zwei. Da frag den Namen einfach nicht. Äh, nicht die Musik, nicht den Namen. Oh Mann. Zack. Einmal bitte Leute rauslassen hier. Ein mutiger Bewohner des Mars, der bereit ist die letzte Grenze zu verschreiten und gerade angekommen. Perfekt. Genau das, was ich möchte. Perfekt. Genau das, was ich möchte. Ja. Hinterfrag den Namen ruhig. Ja. Schön, oder? So. Da kommt die Nahrung. Und die Leuzes. Das ist die Nahrung. Perfekt. So, was braucht ihr jetzt in dieser Gruppe hier noch? Durchschnittliche Zufriedenheit. Nur das ist aber nicht so viel. Ha. Ach, das sind alle Touristen. Ja gut, okay. Ja, die Touristen. Ja. 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 Die sind halt so, ne. Ja. Nee. Ich bin nicht so touristenfreundlich irgendwie, glaube ich. Ja. Ja, der Schokorie ist entstanden wegen Mars und so, ne. So. Aber wir sind ja auf dem Mars. Stream Dad. Gut, dass du's sagst. Gut, dass du's sagst. Okay. Machen wir kurz. Machen wir einfach einmal kurz hier. Gehen wir einmal kurz in die Pause rein. Ebenso den Pausenmodus. Ist ja nicht so schlimm. Ich kann ja Pause drücken bei dem Spiel. Ist ja nicht online. Also, können wir einfach einmal kurz in die Pause gehen. Ja, also mit anderen Worten. Das kommt halt von dem Schokoriegel. Und so. Also, ne. Keine Werbung, aber ne. So. Wortwitz. Und schlechter Wortwitz. Und noch viel schlechterer Wortwitz. Okay. Ist eigentlich nicht lustig, aber vielleicht doch. Lädt der nur bei Lucy oder liegt der auch bei euch? Weil, zugeben, ich seh's grad nicht. Ob der lädt oder nicht. Weil bei mir lädt er nämlich glaub ich nicht. Aber, gut. Nur weil er bei mir nicht lädt, heißt das nicht, dass es funktioniert alles, ne. Dann hole ich mir einfach eben noch was zu trinken. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, guck mal. Viel Erfolg beim Trinken. Ja, dankeschön. Habe ich erfolgreich hinbekommen. Habe mich in meiner Wohnung nicht verlaufen. Geht wieder. Hört sich auch gut an. Dann sind die Probleme ja tatsache schon wieder von alleine verschwunden. Ohne, dass ich nachgucken muss, woran es liegt. Das heißt, ich kann direkt wieder zur Live-Scene wechseln. Und dann können wir an der Stelle weitermachen, wo wir aufgehört haben. Hi Passi. Na Passi, alles gut bei dir. So. Ähm. Und zwar hätte ich gerne... Äh, sabba, sabba, äh, sabba, sabba. Boah. Passi. Okay, ich hätte damit rechnen müssen, wenn du im Stream bist, dass das kommt, ne. Ja, ich habe gerade eine Gedankenpause gehabt. Das stimmt schon. Muss ich sagen, passt schon. Ich würde sagen, wir ordern gleich noch eine Rakete, oder? Also, wir haben jetzt 24 Kolonisten. Hier sind noch 7 Wohngebäude frei. Und hier sind noch 15 frei. Ich würde sagen, wir holen uns direkt noch eine Rakete mit Leuten. Und holen mal hier so ein paar Leute auf dem Mars, damit wir hier auch, ähm, direkt, äh, ja. Leute auf dem Mars haben. Alles klar, Passi, hau rein. Aber ne, warte mal, bevor ich jetzt neue hole, die kann ich halt dann viel gezielter holen vielleicht. Obwohl... Muss gleich gucken, was ich brauche. Ich muss gleich erst gucken, was ich brauche. Das wäre nämlich sinnvoll, wenn ich nicht irgendwas bestelle, sondern zielgenau die Leute, die ich brauche. Das heißt, ich muss erst mal gucken hier, wie sind jetzt die Arbeiter denn verteilt. Hierfür brauche ich... Ich weiß nicht wen. Wer arbeitet denn in Elektronikfachmärkten vom Beruf her? Service, Entspannung, Trinken und Soziales? Ja, ich brauche halt mehr Leute, ne? Aber ich muss halt... Ich möchte halt gezielt suchen und nicht... Ähm... So, dass ich jetzt dann die Rakete da habe und dann bringt mir die einfach auch nichts. Kann man das irgendwo sehen? Was für... Was da für Leute für geeignet wären? Nee, keine Einschränkung, weil ich... Weiß ja gar nicht, was für Spezialisten sind. Ah, hier. Beste Arbeiter, Botaniker. Okay. Gut, dann da natürlich Botaniker. Äh, beste Arbeiter sind... Ist egal, okay. Wissenschaftler. Okay, ich brauche also noch Wissenschaftler. Drei Stück. Drei Wissenschaftler. Sollte kein Problem sein. Drei Wissenschaftler. Hierfür brauche ich... Ist eigentlich auch egal für was. Dann brauche ich noch zwei Mediziner. Drei Offiziere. Drei Offiziere. Oder vier eher gesagt. Machen wir vier. So. Hierfür... Brauche ich noch ein paar Ingenieure. Genau wie... Was brauche ich hierfür? Auch Ingenieure. Auch Ingenieure. Gut, okay. Und das hier ist... Vermute ich auf der Botanik, ne? Na ja, gut, okay. Also brauche ich noch... Äh... Eigentlich alles. Ausrufezeichen. Akte. Wen soll dich foltern? Du sollst gar keinen foltern. Stream lädt wieder. Mein Mikro war nicht an. Ja gut, okay. Wenn es jetzt wieder lädt, dann ist es auch blöd. Ähm... Dann würde ich sagen... Hören wir für heute auf. Wir haben jetzt fünf Stunden auf dem Mars zusammen verbracht. Ähm... Das passt schon. Es war ein sehr, sehr schöner Stream. Wir haben viel geschafft. An der Stelle machen wir dann einfach nächste Woche weiter. Ähm... Das passt schon, ne? Wir waren auch fünf Stunden dabei. Nicht armes Möp. Es war sehr schön heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm... Ich hoffe, ich sehe einige von euch dann nächste Woche wieder. Bin dann mit raus. Ähm... Ja, finde ich auch. War auch ein sehr schöner Stream. Ähm... Ich schicke euch jetzt dann, denke ich mal, noch weiter. Wenn ich jemanden hab, an den ich euch schicken kann. Äh... Ne, nicht wirklich. Nicht wirklich. Doch, ich könnte... Doch, hier. Doch. Ich schicke euch weiter in Richtung, äh... Spirrell. Der Gute ist noch live. Ähm... Dann machen wir das doch einfach. Schicke ich euch jetzt weiter nach ihm. Und dann, ähm... Ja. Beenden wir an der Stelle einfach. Ja, genau. Ich schicke euch einfach mal das Spirrell weiter. Der freut sich bestimmt. Ähm... Und dann passt das schon. Ähm... Hier drauf drücken. Ich suche... Den Kanal... Von... Spirrell 2. Damit schicke ich euch weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Man hört sich dann nächste Woche. Haut rein! Bye-bye! 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 Bye-bye!